ich stehe stufe 1 treiber treiber muss man diese arme austauschen glaube ich den dieser schon viel besser den Topf muss ich aber noch das ist fett irgendwie ach 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 okay das stimmt so weit immer noch ach 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 was mach ich hier was das ich versuch's mal so menschen ähnlich wie möglich was dort wie sieht der denn aus wie hier ja dann noch so wo das ist natürlich naja ha 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 ähm dude machen wir einfach das ja 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 da So, und dann mache ich noch schöne Auden. Das sieht doch fett aus. Und die Beine müssen noch höher. Wie ist das? Das ist noch's. Oh. Ihr werdet damit, he? Oh. Oh, mein Gott. Ja, Mann. Oh, ja, zieht das wirklich aus? Wie geil ist er noch für kurze Zeit hier. Oh, ja. Du musst, brüte dich auch schon. Ja. Bam. Hiya, Mami. Mami. Ich hab so einen neuen, das folgt ihm zumachen. Deine neue Heimatbasis zuziehen. Ich will keine Hand mehr, ich will nicht mehr. Oh, mein Gott. Sieht da scheiße aus. Sieht so scheiße aus. Aber ich folge einfach mal den Weg hier. Was soll schon passieren? Nein. Hallo. Wie sieht der interessant aus? Guck mal, wie hässlich ich aussehe. So richtig vertruppelt. Das werden wir später noch ändern. Deine Sorge. Ich hab nicht vor, so zu bleiben. Das sicher nicht. Ich... Das... Da würde ich eher lieber sterben. Oh, alle! Reicht dir herzlos aus, außer dass... Deswegen musst du mich nicht angreifen. Watsche so hin, watsche so hin. Du sollst noch mehr watschen. Los! Los! Das ist ein sehr großes... Oh, scheiße. Das gefällt mir da nicht. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich schieß mich nicht. Du schieß. Lauf. Lauf. Schlau. 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 Das war nicht fair. Der war so riese. Und ich so... Small. Das war doch da auch nicht fair, man. Nee, da... Ich darf nicht die ganzen Weiten, die ich hier... Ich bin auch so groß. Ich bin auch so groß. Weil ich jetzt über die Berge... Bin ich sicher. Das ist so ein riesen Vieh. Dafür wirst du noch grüßen. Oh, was ist das da? Das sieht aus wie ein Wald oder so. Das sieht aus wie ein Wald oder so. Oh, was ist das da? Oh, was ist das da? Ich wollte nur diese riesen Diener... Diese riesen Fossilien... Hallo, Itling! Ich weiß es ja hält sich aus, aber ihr macht jetzt nicht einfach. Ihr müsst mich einhören und dann meint ihr dann nicht, dass ich da bin. Ja, ja. 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 Wo sind diese riesen Fossilien? Ey, ich will diese riesen Fossilien... Hört mal, was da jetzt schon wieder an. Hallo, wer? Mein Gott. Oh nein, das riesen Fossilien. Ist ja nicht dieser beeinsame Dude. Neugier. Gut. Hüftig. Und hier noch eins. Schönes. Trummelrafen. Ja, da ist hinten mein neues Nest. Dass ich auch nicht mehr lange behalten werde. Weil ich mich... wie die Lande jetzt auf jeden Fall die Bündel Prozent sie müssen die Nähe von solchen Fischern kommen das gefällt mir gar nicht Buchbuch nach dem Fuß wieder hallo nein ja party 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 ja nein ja du hast dieses netz besetzt für fünf Generationen werden hier die Bohrung okay das ist doch schon mal was okay ich will mich paaren sofort ich will mich paaren Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ja! 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 Diese Hässlichkeit! Ja! Pure Hässlichkeit! Ja! Ich zeig dir meine pure Hässlichkeit! Oh, das kann man sich ja nicht ansehen, weil der Hässlichkeit... Oh, davon sieht man ja aus, und krieg Spur! Das kann man jetzt! Okay! Wieso beträumt ich nur Pflanzenfresser? Ja! Warum will ich mich erstmal wieder richtig... Warum will mich erstmal wieder richtig? No... Oh... Uh... das ist doch perfekt Ne jetzt. Ähm. Ich meine etwas. Ditter mach ich mal. Zulzig. Ähm, ja. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Äh, das sieht jetzt so komisch aus. Das kann noch nicht sein. Kannst du dich nicht an zwei Enden verteilen? Sehr ehrlich. Oh. Yeah, I let the move it move it. Okay. Und dann noch ein bisschen hier. So. Noch ein bisschen. Hier. So. Und. Ich glaube es nicht hier so schön ist. Nee. Yes. Rot ist doch bestimmt schon besser. Andere. Roster. Wie wäre es denn mit. Ja, ich würde mal sagen. Den hier. Und dann noch andere Farbe. Und zwar rot. Ja, das sieht doch geil aus. Ich finde. Das passt erstmal. Nein. Und wenn ich jetzt hier einen Enden aneignen muss. Ja, man. So. Das ist so schön aneignen. Das muss ich auch nicht. Heeeh, heeeh, heeeh. Obwohl... Die fotografieren weh stand. Na? Hehehehe. 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 Hehehe. was ist denn das das Lass mich in Ruhe. Lächelt mich nicht aus. Bitte mit der Maske. Loser Tate. Oh, da ist ja noch so ein Teil, sehe ich grad. Hm, hm, wie ich antreifen wollte. Hörstör.